Willkommen zu einer neuen, sechsten Folge von, ähm, For Honor. Ja, wie ihr seht, mit drei Bots, herzlich willkommen. Aber ich hab mal eine andere Sequenz. Das ist auch eine andere Karte. Ach so, es ist eine andere Karte. Ja, das ist auch eine andere Karte. Äh, auf zu C, oder A? A, 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 A. Ich glaube, alle zu A, das ist eigentlich auch kacke, ne? Ja. Dann kriegen wir jetzt B und C und wir haben erstmal A. Ja, gut, aber wenn wir zu 14 sind, dann ist es nicht so, ich will nicht. Also dann auf zu C, oder? Ja, erstmal B, komm, wollen wir erstmal bei B auf. Ich wage es mal. Achtung, da ist einer bei mir. Ja. Er rennt zu A. Er kämpft wieder schon. Er ist bei B. Wir wollen da gleich mal mit laufen. Damit wir uns da fortruppen können. Vorstoßen können. Jawoll. Ich bin bei B und habe noch nicht verloren. Du haltest mal eigentlich. B, der Ort. Hau, ich laufe ab. Oh fuck, das sind drei Leute. Ach, ich vergesse die ganze Zeit das Tier hier raus. Ja, ich hab's ja eh. Exekuteure, Mann. Jawoll. Und ich habe eine getötet. Ich versuche mir jetzt mal mehr auf Zweikämpfe einzulassen. Okay, ich habe A eingenommen. Und Exekuteure. Jawoll. Dankeschön. Ach, übrigens. Ich spiele es wieder mit einer anderen Klasse, und zwar einen Samurai. Ja, ich spiele es auch mit dem Meuchler. Ich habe einen Origini. Oder ne? Wer hat es nicht? Keine Ahnung. Diese erbarnischen Ahnung. Okay. Dann heilen. Hey, wir halten uns ganz gut jetzt. Ja, das geht. Ja gut, geht. Das ist ja das. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen aufzuhäumen. Ja, aber es regnet gerade viel dabei. So. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So. Komm, den holen wir uns. Jawoll. Den holen wir uns. Jawoll. Sehr schön. Warte, ich tue den Achter, der wird schon wiederbelebt. Sehr schön. Ja, wir holen die Leiter da hoch. Die C, oder? Ja, ich komme auch die Leiter hoch. Ich glaube, das kriegt doch vielleicht ein bisschen was, wenn du bei B öfter mal aufräumst und dich einfach mal auf zwei Kniffe einlässt. Du musst halt dann wirklich gewinnen. Weißt du, wenn das dann so Profis sind, hast du einfach voll die Arschkarte gezogen. Ich glaube, wie komme ich hier runter? Ja, du bist gerade vor der gelaufen. Ich glaube, wir sind jetzt zu A. Ja, ich versuche uns auch gerade. Ja, bei C ist wir ein Gegner. Ist egal, wir laufen jetzt nur zu A. Obwohl, wir sind schon genug bei A. Ich versuche mal B wieder ein bisschen aufzuhäumen. Damit wir B halten. Oh, ich kämpfe gegen... Nein, ich kämpfe wieder gegen zwei. Ich muss weg. Wie bist du denn? Ich bin B in der Mitte. Das sind zwei. Ja, das ist die B. Wir räumen gerade zu zweit auf. Ich glaube, ich muss hier ein paar K.I. Sehr schön. Also ich habe keine Ausnahme. Ich bin nur ganz gut. Ich räume mal schnell gebraucht. Wow, da ist ja noch einer. Holy shit. Ach, ich bin tot. Ich dachte, ich habe ihn exekutiert. Weißt du, ich dachte, oh, jetzt habe ich ihn voll gut erwischt, ne? Ich denke mir, hä, was ist das jetzt? Hä, ich bin tot? Voll komisch gerade. Ich bin B tot. Ich bin auf B tot. Wenn du vielleicht schaffst, mich zu heilen. Ja, ey. Hä, wieso kann ich denn jetzt... Wo bist denn du? Was geht denn du? Komm, Nest. Achso, es geht. Kannst du mich noch wiederbeleben? Ja, es geht. Ja, wieso geht es denn nicht? Bei deiner Leiche aber irgendwie nicht so. Ja, gut. Ich mache einfach wieder einen Stieg, bevor ich da ewig lange im Menü rummahe. Zu meiner Hilfe nicht. Warte. Ich lauf zu A. Da ist einer tot. Dann kann ich vielleicht rütteln. Hinter dir, hinter dir. Bleib halt einfach, Mann. Ey, ey, exekutieren. Jawoll, ja. Mich tut den anderen gleich wiederbeleben. Ey, da ist... Wow, shit. Ich dachte, du bist du, Mann. Au, shit. Der hat mich erwischt. Kill den mal. Jawoll, wieder Exekution, ja. Wollen, Mann. Natürlich schnell wiederbeleben. Dann auf zu C, würde ich sagen. Boah, Alter. Ich bin grad voll gut, Mann. Ich hab schon voll viele Exekutierten. Oder spielen wir immer noch gegen Bots. Ich weiß es gar nicht. Auf zu B. B, B müssen wir aufkommen. Unbedingt B aufkommen. Oh, jetzt hat er mich weggestoßen. Oh, fuck. Der ist einfach weg. Hä? Was? Alter, der haut zu rein. Ich hab den viermal mit einem schweren Angriff getroffen. Nichts passiert. Kannst du mich B, B, B wiederbeleben. Nichts passiert. Dann dreht er sich um. Trifft mich einmal. Und ich war instant tot. Leckt mich fett, Alter. Ja, ich bin wiederbelebt. Wer ist hier? Komm, den holen wir uns da. Jawoll, der ist tot. Also manche... Wir haben gleich B. Vielleicht würdest du gehalten. Ja. Gott sei Dank. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Ach, die war nicht in B drin. So. Bist du heilig? Wo bist du denn? Ich bin grad... Oh Gott. Nein. Was machst du? Bist du denn? Ja, ich versuch grad... Ich geh jetzt zu... Äh, ich... C. C. Nee, da bist du. Ich geh grad die Leiter hoch. Ich geh grad die Leiter hoch. Ja, das stimmt. Okay. Zone C eingenommen. Zone A eingenommen. Zone A eingenommen. Warten, du bist du geheilt bist? Jawoll, wir müssen nur die letzten Helden töten. Dann haben wir's geschafft, man. Ja. Ich bin geheilt. Gut, dann los. Wo sind die Helden? Nein! Zone C verloren. Ich schlag dich. Nein! Hier bin ich. Nein! Warum? Oh nein! Hinter dir! Achtung! Hinter dir! Ja, warte! Der haut mich runter! Komm schon, hau auf mich! Treff mich! Jawoll! Hat funktioniert! Wieder belegt mich! Wieder belegt mich! Schlieg und abgast! Oh, wunderbar! Komm! Das funktioniert! Ist der da? Oh, das sind alle zwei! Komm zurück, zurück, zurück! Das schaffen wir nicht alleine! Komm, zurück zu A! Oh, scheiße! Wir laufen grad voll die verkehrten Richtungen! Mist! Die töten was uns gerade! Ja! Nein! 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 Ich bin tot! Ich bin auch tot! Ich bin auch tot! Die haben uns jetzt ziemlich überrascht! Oh, Mann! Ja, wir waren doch irgendwie zu zweit immer gegen vier oder so! Ja! Oh, wir waren so gut! So kurz vorm Gewinn, Mann! Ich hab dann keine Chance mehr irgendwie! Ja, warte! Der eine läuft zu C! Vielleicht kommen wir jetzt gleich wieder respawnen, wenn du's machst! Ich bin, ich bin schon ein Einbruch tot! Der müsste mich wiederbeleben! Der müsste mich wiederbeleben! Nein! So ne C! Eingenommen! Ja, jetzt müssten wir gleich wieder respawnen können! Nee, doch! Nee! Wenn einmal tot, dann immer tot! Der müsste uns wiederbeleben! Ja, der bleibt jetzt einfach stehen! Ja, ja! Er kommt zu A! Ja! Aber der wird verfolgt! Nein! Nein! Schon zwei! Oh nein! Ja, drei! Ja, keine! Deswegen am Schluss waren die immer beieinander, ne? Ja! Keine Chance! Ja, und wir haben uns getrennt auf einmal! Wir haben doch irgendwie leicht gesprungen! Ja, gut! Am Schluss, wo wir gestorben sind, waren wir aber zusammen! Also das... Nur da waren wir dann irgendwann mal... Die haben uns dann eben voll verfolgt! Ja, es läuft sogar! Der töte jetzt KI! Ist der behindert? Warum töte jetzt die KI? Ja, weil er dämlich ist! Lauf halt zu A und du uns wiederbeleben! Ich bin schon tot! Ich glaube, ich bin draußen! Die Zeit ist abgelaufen! Ja, ich weiß! Lauf halt zu A! Oh, der ist los! Guck mal, wir sind ja voll beinanden, ne? Ja! Das hätten die eben am Schluss auch machen müssen, obwohl wir 1000 hatten! Ja! Die anderen zwei suchen! Zumindest einen und dann zu... Ja, komm! Zieh's nicht in die Länge! Ah, Mann! Wir waren so gut! Ich hab den Sieg schon eigentlich gespürt gehabt! Ich auch! Nein! Oh, Scheiße! Meine Gute! Aber die Klassik gefällt mir nicht! Der Orochi! Oder die Orochi! Ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar kein Samurai-Fan, aber die Klasse, die war gut zu spielen! Muss ich auch sagen! Ich hab ziemlich viel... Gut gemacht! Aber das Problem ist, die hauen mich so schnell weg! Ja, das ist der Wahnsinn! Aber egal mit welcher Klasse, egal mit den fetten Rittern mit fetter Rüstung, ne! Die hauen mich trotzdem mit zwei Schlägen weg und ich treffe die durchgehend! Und wenn ich die schweren Angriffe mache, ne! Da hab ich meistens keine Haussauer mehr! Das ist... Kommt auch noch dazu! Ich glaub, ich spiel jetzt nur mal ne Runde mit der Klasse! Ja, ich glaub, ich spiel auch noch mal ne Runde mit der Klasse! Auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen und... Oder vielleicht nur mal ne andere Klasse ausprobieren! Na, schau mal mal! Danke fürs Zuschauen und... Danke fürs Zuschauen! Und bis zur nächsten Folge! Ciao! Ciao! Ciao!